Okay, Achtung, ich weiß jetzt, wie es geht. Achtung, warte kurz. Fünf, okay, okay, okay. Oh mein Gott, wie gut ich bin! Alter Valerio, nicht in den Baum, nicht in den Baum! Ne? Ich will, ich würde gerne nochmal fliegen. Gaming Code, ich bin ganz ehrlich, ich würde, ich hoffe, habe ich es kaputt gemacht? Ne, ne? Drei Millionen kostet das, was? Was? Oh, was ist mit den Leuten los? Habt ihr das gesehen? Er kommt ja einfach gedriften. Deja vu! Bababababa!